Mal schauen. Ausdauertrank 18 Stück. Das ist ja viel. Also große Tränke können wir nicht machen, wie gesagt, weil wir kein Drachenblut mehr haben. Das ist ja auch so eine rare Ingredienz hier. Ja, irgendwie. So, wir bräuchten Konfines. Dafür müssten wir noch ein paar mal den Garten abernten, aber... Da hat doch gerade eben jemand geschrien, nein! Und natürlich höre ich auf mein Publikum, ist klar, ne? Sag mal, warum habe ich eigentlich meine... Boah, kleiner Augenblick. Jetzt ist die Maus runtergefallen und ich sitze. Da unten ist eine große Spinne. Goilo. Ich bin gleich wieder da. Jetzt ist er hier auch noch verschwunden. Ich muss das hier irgendwie anders machen. Okay. Der Chaos Lord at Work. Okay. Ja, habe ich was eingegossen? Ne, habe ich natürlich nicht. Chaos, Chaos, über alles. Heute mal mit meiner angeschlagenen schwarzen Tasse. Oder Becher. Prost. Oh, lecker Chai-Tee mit Honig. Ähm, so. Ähm, ja. Wir können keine Ausdauertränke mehr machen. Ähm, so. Oh, dann, ähm, meine Gute, schieb ihm mal die Ausdauertränke rüber. Ähm, haben wir denn noch irgendwas, was wir gucken können? Nee, eigentlich nicht. Äh, jetzt wird es ein bisschen schwer. Äh, denn. Ich müsste jetzt eigentlich alles in die Inventar packen. Ob das geht. Ob sie den ganzen Rest hier ins Inventar reinkriegt. Ja, ein paar Sachen muss ich ja gar nicht haben. Ne, das hier zum Beispiel. Das alte Brötchen hier. Und die Äpfel und die Nüsse. Nö. Siehst du, guck mal, das ist alles, was wir verkraften können. Oh, der. Sehr geil. Ähm. Heilsalbe könnten wir machen. Antidot. Das heißt, das erweckt dich wieder zum Leben. Da bist du hinterher nicht mehr tot. Ähm. Zielwasser. Was war das eigentlich? Kräfferchancen im Fernkampf für kurze Zeit erhöht. Mhm. Ah, Mut-Elixier wäre zum Beispiel auch ganz geil. Lass uns mal Hälfte von dem machen, was wir machen können. Hä? Inventar ist voll. Ja, toll. Äh. Ruhe. Ähm. Ja, so sieht es aus. Dann würde ich sagen, ich kann mal Alk und einmal Gullmondblatt weg. Und einmal Finage. Einmal Giftzahn. Und dann schauen wir mal. Ja. Gut-Elixier bitte. 25. Äh. Oder was? Äh. Machen wir. Äh. 29. Das ist genau die Hälfte. 29 mal ein Gut-Elixier hergestellt. Das behalten wir sogar. Das verkaufen wir nicht. So. Äh. Ich würde gerne 50 mal Waffenbalsam herstellen. Oder 100 mal. Äh. Alter, das wär zu. 100 mal Waffenbalsam. Äh. Was passiert, wenn ich 50... Digi? Warum... Kann ich nicht mehr? Achso. Achso. Machen wir mal 50 erst mal. Schade, dass man nicht halten kann, die Taste. Wäre toll gewesen. 21 mal ein Waffenbalsam. Warum das denn jetzt? Äh. Wahrscheinlich ist das Inventar wieder voll, ne? Kann das sein? Digi. Ja, die Muttränke sind hier. Waffenbalsam teilen wir mal... Äh. Äh. Gut auf. Das war jetzt 21 mal, ne? Okay, dann... Also wir verkaufen davon auch was. 21 mal ist ja 9... 29 mal noch. Aber da sie nur im 10er Stack sind, 19 mal ein Waffenbalsam hergestellt, okay? So, jetzt noch... Ähm... Die 17 Klugheits-Elixiere machen wir vollständig. Äh. Zielwasser machen wir auch. Das eine Intuitions-Elixier können wir auch machen. So, und jetzt ist ihr Inventar wahrscheinlich auch schon wieder voll. So, und noch ein bisschen Waffenbalsame verteilen hier auch und, äh, vielleicht eher auch nochmal, weil er wird ja auch im Nahkampf vielleicht tätig sein. Äh, was habe ich denn eben versucht? Ach, komm. Äh, komm. Dann lassen wir es so. Ja, den kann sie erst mal mir geben. Und die auch, die werden verkauft. Wir brauchen keine Klugheit. Nö. Klugheit wird überbewertet. So. Dann meine Gute. Ähm. Machen wir weiter. Ja, machen wir nochmal die vier Mut-Elixiere hier. Äh, und dann nochmal, ja, Heilsalbe, ich weiß nicht. Heilsalbe. Mhm. Halbende Wunden, fünf. Ich weiß nicht. Was, was? Mach mal 50 davon, dann verscheuern wir die. Oder wenn du die ins Inventar kriegst. Ne, ich komme mit vielen dieser Rezepte nicht klar. 50 mal 5. Alter Scheiße. Ähm. Machen wir nochmal. 50 Waffenbalsame. Irgendwie müssen wir das Inventar jetzt im Überlaufen kriegen. Entschuldigung. Aber das wird alles, ähm, Alter, so viel. Ähm. Was passiert eigentlich? So, jetzt müssen wir das irgendwie aufteilen, den Kram. Denn sonst kriegen wir hier ein Platzproblem. Dann platzt das Inventar. So. Ähm, ich würde nämlich ganz gerne nochmal ähm, hier die verkraftbaren Eigenschaften rausholen. Ach ja. Ähm. Ist schon ein bisschen schwer jetzt. Ähm. Nee, einfach ist das Ganze gar nicht. Nochmal 31 Waffenbalsame. Los. Und nochmal 18 Zielwasser. Und, äh, 10 Mutelixiere. Wir verkraften jetzt einfach alles. So. Und das war's. Das war's, mein Lieben. Das war es, das war es, das war es, das war es. Ähm. Wir machen jetzt folgendes. Ich muss mir das jetzt genau überlegen. Ähm. Denn wir werden jetzt nochmal Kladdes holen. Und ein paar von den Sachen. Wir brauchen wirklich nicht den ganzen Quatsch. So viele Waffenbalsame kann man gar nicht auftragen. So, meine Gude. Du legst erstmal den Rest der Crafting-Geschichten, die du hier noch hast, hier drin ab. Das ist noch eine ganze Menge. Das wird verscheuert. Ja. Der Zaubertrank bitte nicht. Deine Klamotten hier auch nicht. Ach, der Zunderschwamm, komm. 4 Einbeeren auch. Tut mir zwar irgendwie in der Seele weh. Da weißt du. Also den auf jeden Fall, den auf jeden Fall. Äh, die Mutelixiere würde ich mal nicht. Aber hier. Ja, die Waffenbalsame. Und wir haben so viel Waffenbalsam. Das brauchen wir nie. Was? Okay. Und jetzt, ähm. Du. Mein Sohn Brutus. Äh, Klugheits-Elixier. Wie gesagt. Und Intuition. Äh, Intuition-Elixier. Nein, brauchen wir alles nicht. Hä? Ach so. Ich frage mich schon, warum hat Trall da so viele Pfeile? Hahaha. Verstehst du? Knickknack. Ähm. So, oh, so viele Waffenbalsame. Digga. Ein Schwerg ein Bord. Warum hast du eigentlich so viel Seife? Wir werden uns nie wieder waschen müssen. Das, das weiß ich zumindest. Äh, Mutelixiere kann behalten. Den Olgensud verscheuere ich jetzt auch mal. Wir werden nicht vergiftet werden. Äh, sagte er. Ja. Oh, so viel Waffenbalsame. Hau mal hier noch ein bisschen was rein, Digga. So. Und Heilsalbe bleibt auch mal. So. Und dann, äh. Ähm, Auralia hat noch nix mehr. Auralia, pass mal auf. Ähm. Ich sehe da gerade was. Ähm. Ja, den kannst du behalten. Ähm. Wett. Moment. Warum ist das im zweiten? Ich hasse, wenn die Dinge... Ich hasse es, wenn die Dinge im zweiten Slot sind. Katsching. Ja, den kannst du behalten. Katsching. Katsching. Davon hätte ich gerne noch mehr, aber, ähm. Es ist schwer. Aus Gründen. Äh, wir werden nämlich nicht viel schmieden können. Das ist das Problem. Ähm. Ja. Sind wir jetzt fertig oder was? Ähm. Gut. Dann. Lasst uns die letzten... Geschichten vollenden. Ähm. Ich müsste nochmal den Georg... Äh, warte mal. Der Georg, wie sieht es denn mit das Inventar aus? Äh, der müsste das ganze Inventar eigentlich leer machen. Ich werde erstmal die Sachen, sagt mir, dass ich die nachher wiederhole, an die anderen weitergeben. Denn, ähm. Ich habe noch nie dieses Ados Heldenfrühstück ausprobiert, ne? Knick, knack. So. Dann. Nein. Ich will nicht die Verbände wegwerfen. Bist du irre? Ähm. Ja. Das ist eigentlich gar nicht gut. Aber die brauchen wir sowieso auch nicht fassen. Äh. Bist du denn bescheuert? Moment mal. Nein, das war keine gute Entscheidung. Das sind nämlich die ganzen Handwerker-Messer. Die könnte er nun wirklich noch gebrauchen. Und so. Eine schicke Statue haben wir uns da gebaut. Alles klar. So. Äh. Wir holen mal hier, versuchen mal hier, versuchen mal hier möglichst alles von dem Boden-Bauzeug. Da habe ich übrigens jetzt mal Kriegsfeile reingeschmissen. Hast du gesehen? Ja. Ja, wie viel wir hier jetzt davon brauchen, weiß ich auch nicht. Äh. Wir könnten die Kriegsfeile bauen. Äh. Ach so. 41 mal 20 Kriegsfeile erfolgreich hergestellt. Tiki! Du hast sie doch nicht alle. Äh. Gut. Ja, das weiß ich. Ähm. Äh. Ob wir die alle brauchen? Ich denke immer, die ganze Zeit ist es Trall da. Ja. Äh. Äh. Sie wird zwar eine ganze Menge Pfeile brauchen, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen viel ist, was ich da gerade gebaut habe. Aber den Rest können wir dann ja auch verscheuern wieder. So. Und Entschuldigung, dass ich hier immer so vorbeilinse, aber das ist, ähm, weil die Facecam steht auf dem Stativ, auf so einem Dreibein und das Dreibein blockiert mir immer die Sicht auf, ähm, das, was ihr auf der Seite auf dem Bildschirm seht. Wahrscheinlich ist das jetzt spiegelverkehrt. Alles klar. So. Damit der Vorgrim auch noch was kriegt, 41 mal 20 Kriegsbolzen erfolgreich hergestellt. Alles klar. Dann stehen wir dem auch noch mal das Inventar zu. So. In der Vorgrim hat ja eine Armbrust. Jagdpfeile und so weiter brauchen wir nicht und Jagdbolzen, weil soviel ich verstanden habe, wirken die besser bei Tieren und Kriegsdinge sind halt die Dinge, die halt besser bei Humanoiden und dem ganzen Schrott, also bei unseren Gegnern wirken. Also sollten wir das doch eher bauen. Goodie, two shoes. Ähm, hier ist noch mal Kriegsfeile. Äh, hat sie eigentlich schon... Oh, sie sollte nicht diese Pfeile im Inventar, das auch nicht. Sie sollte die besser da haben. Goodie. Sie hat noch Platz. Sie hat noch Platz. Also wir könnten ihr noch ein paar Pfeile basteln. Nur ob die nötig sind. Nee, die sind nicht nötig. Also, äh, man. Wann habe ich 100 Pfeile verbraucht? Also, dann wird der Rest zum Verkaufen gemacht. Ähm, wir können auch hier einmal eine Schwingenfalle bauen. Fünfmal ist das. Ähm, dann können wir hier, hier, die, äh, ja, komm, machen wir Kriegsbolzen. Ähm, würdest du? Ja, und das war es schon. Also, die meisten Dinge haben wir nicht gecraftet jemals. So. Entschuldigung, jetzt muss ich einmal rein. Boah, dieses, dieses Fliegenvieh hier. Macht mich wahnsinnig. Ja, ich habe mal wieder ein Fruchtsaftglas auf dem Tisch für einige Sekunden stehen lassen. Und das hat dazu geführt, dass sofort gleich wieder diese kleinen Mini fliegen sich hier. Schnitzmesser. Hm, hm, Bogenbauer. Ja, können wir verkaufen. So, hier, das Ganze, nein, das Ganze Bogenbauzeug will ich jetzt nicht vereimern. Die Kohle kann auch mal mitkommen. Aus Gründen. So, das hier will ich wieder haben. Ähm, aus Gründen. Wir werden auch keine Pflanzen mehr abernten, also die Kräutersichel kommt hier auch in den Verkaufsraum. So, wo haben wir denn jetzt die Bolzen, die wir gerade gebaut haben? Die Schlingenfalle. Das alles soll nämlich die gute Kladdes sich gleich nehmen und verscheuern. Da bestehe ich drauf. Ja, ja, und so nimmt es seine Anfänge, die Anfänge vom Ende. So, hier haben wir das Schmiedezeug, kann ich das alles nehmen? Ja, bis auf die Edelsteine. Ein Kirschner Messer, dann lege ich das erstmal da rein. Und, äh, wir legen hier auch erstmal zweimal Ulmenholz rein. Äh, und das Feuermoos, was macht das eigentlich hier? Das ist doch eine Alchemie, äh, Ingredienz hier. Jetzt schauen wir mal, was der Schmiedeapparat hier sagt. Wir können Dietriche bauen. Da haben wir ja schon mal viel Geld mitgemacht. Also, 78 Dietriche bitte. 21 mal 10 Dietriche erfolgreich hergestellt. Mhm. Ja. Das ist ja ganz herzallerliebst. Dann packen wir die erstmal hier rein. So, und bauen die nächsten Dietriche. Wir lassen uns doch hier nicht verarschen. So. Nochmal 21 Dietriche. Das wird schon. Glaubt's mir. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Nein! So. 21 mal 10 Dietriche. Ja, wir kommen langsam an, da wo wir hin wollen. Im Irrenhaus. Das guckt euch das an. Ja, dann geht die Klasse hier gleich nochmal her und, äh, holt da auch den Kram raus. Auch wenn du es nicht glaubst, das wird jetzt ganz schnell gehen. So. 15 mal 10 Dietriche. Dann machen wir noch die Krähenfüße hier. Ich frage mich, warum man sowas bauen sollte. Das kann man doch besser von Krähen abschneiden. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit der gesamten Crafting-Geschichte. Das wird alles verkauft. Und ich hoffe mal, das bringt uns 1000 Ocken. Dann kaufen wir noch das Boot. Äh, das Schiff meine ich. So. Oralia. Äh. Kurzfristig. Noch sehr gut. Ja. Gut. Ach ja. Es geht los. Es geht los mit der großartigen letzten Verkaufstour. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich noch? Kann man hier hinten gucken, ne? 175 Dukaten, 5 Silbertale. Ja, siehste. Wir brauchen die Kohle. Wir sind jung und brauchen die Kohle. So, D-L-E. Ich hoffe, Salina, geht es gut. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Ruhe, nackter Mann. Oh, was gibt's denn Spaß? Ja, komm mit. So. Alles klar. Meine Gute. Und jetzt ziehst du dich erstmal aus. Ja, wenn die nicht hübsch ist. 助. Ja, es geht um. Untertitelung des ZDF, 2020